Ein letzter Punkt, den ich heute betrachten möchte, ist das Thema die Einrichtung bzw. der Einrichtungsprozess aus Arbeitgebersicht. Ja, wie läuft das aus? Die Arbeitgeber bekommen ja im ersten Schritt einmal eine Pauschale, die die Unterstützungsgasse vorgestellt, lest in verschiedenen Medien, zwischenzeitlich kann man fast in allen Zeitungen über das Konstrukt lesen, erfährt es in Vorträgen oder von Unternehmerkollegen. Der erste Schritt ist natürlich ein Gespräch zum Kennenlernen, in dem er das grundsätzliche Prinzip verstanden haben sollte. In einem zweiten Gespräch geht es darum, das individuell für ihn zu planen und vorzustellen bzw. individuell auf ihn anzupassen in den groben Grundstrukturen. Das ist auch das Thema oder der Zeitpunkt, in dem regelmäßig eine individuelle Musterberechnung, eine individuelle Konzeptionsberechnung erstellt wird. Der Unternehmer entscheidet sich, unterschreibt Einrichtungsauftrag, unterschreibt die ganzen erforderlichen Unterlagen. Dann geht der Prozess los, dann wird das Ganze umgesetzt und erstellt. Das erste ist sicherlich die Versorgungsordnung. Man geht es mit dem Unternehmer Punkt für Punkt durch, wie er jeden einzelnen Punkt gerne geregelt haben möchte, wie er den Todesfall geregelt haben möchte, wie er die Leistung geregelt haben möchte, wie er den Vorruhestand geregelt haben möchte, wie er Themen wie Erziehungsurlaub, Mutterschutz, Krankheit, verschiedene andere Themen geregelt haben möchte, welche Zuschüsse er gern möchte, welche Mitarbeitergruppen er wie fördern möchte. Das wird dann letztendlich durchgesprochen und letztendlich festgelegt. Dann ist der Prozess, bei dem alle Unterlagen erstellt werden, bei dem alle arbeitsrechtlichen Dokumente, euer steuerlichen Dokumente, alle Arbeitnehmerunterlagen erstellt werden. Und als nächste Stufe beginnt dann die Mitarbeiterversammlung, in der dem Mitarbeiter das Konzept vorgestellt wird. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Ereignis. Das ist das Ereignis, das wirklich Schlüsselcharakter hat, das wirklich eine Initialzündung ist, auch im Bereich Mitarbeitermodivation und Identifikation. Das sollte immer in einem entsprechenden Rahmen stattfinden, teilweise mit Ehepartnern, teilweise zumindest in einem gemütlichen Rahmen, mit Essen, mit einer kleinen Unternehmensfeier, mit Ähnlichem. Es wird wirklich würdig gestaltet werden, und zwar einfach dem System der Einführung, für mich ein epochales Ereignis in ein Unternehmen, der Einführung einer Betriebsrente entsprechend und angemessen. Ja, und im Nachgang erfolgt dann die Einzelberatung der Mitarbeiter, die Abschlüsse und Entscheidungen der Mitarbeiter, üblicherweise im Zweidgespräch, dass keiner überrumpelt wird, dass keiner hier irgendwo sich in Ecke gedrängt fühlt, und dass jeder genug Möglichkeit hat, das zu überprüfen, das mit Versicherungsmaklern, mit allem Möglichen durchzusprechen, wo jeder die entsprechende Freiheit hat, sich über das Ganze Gedanken zu machen. Und dann wird einfach der Abschluss der Einrichtung auf den Mitarbeiter gemacht. Im Nachgang werden auch diese Unterlagen, diese Dokumente fertig gemacht und dem Mitarbeiter übergeben. Und dann kommt eigentlich der entscheidende Prozess, dann kommt eine langfristige Betreuung, die auch langfristig zuverlässig sein sollte, die langfristig fachlich fundiert erfolgen sollte, und die einfach gewährleistet, dass das Versorgungswerk wirklich die nächsten 20, 30, 50, 60 Jahre erfolgreich weiterläuft. Versorgungswerk Versorgungswerk Versorgungswerk